Grüezi und Hallo bei Swiss Laundry 802. Ich wasche heute schwarze Wäsche, Pullis, T-Shirts und so weiter und zwar auf Baumwolle 40 mit Wasser Plus und Speed Perfekt und das Schleudern gehen wir ein bisschen runter. Die Trommel ist halb voll, gehen wir schon los. Waschmittel nehme ich das Tandil Color. Weichspüle das Sofflan Ultra. Oh, ist auch schon fast leer. So, das reicht. Sofflan Ultra. Sofflan Ultra. So, dann wünsche ich mal viel Spaß. Sofflan Ultra. Sofflan Ultra. Das war's. 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 Das war's.